Das ist ein Fahrer-Schein, so. Ich glaube, ich hier. Eher Oberhand? Willst du nützlich sein? Griesen ausgesehen? Willst du mal auf dem Vortrag? Hör da! Feuer! Gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Noch drei Minuten. Das ist nicht gut. 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 Noch zwei Minuten. Das ist nicht gut. 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 Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Ist das links? Hast du ihn noch zu mir gesagt? Hier bricht nichts mehr. Rennen ist verendet.